Komm, tun wir uns was an. Frankfurt zu übertrieben, auf meine Art. Sehr geehrte Zuschauer, die nachfolgenden Handlungen können verstörend wirken und führen gegebenenfalls zu kompletten Verblödung. Setzt euren Aluhut auf. Die Verbestände werden von Profis ausgeführt und wir bitten sie, diese nicht nachzuhaben. Zu Risiken und Nebenwirkungen übernehme ich keine Haftung. Ich mache es auf meine Art. So, Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Frankfurt ist die Hölle los, ich bin am Abend. Das wird sehr, sehr lustig. Ihr könnt schon sehen, Tinder-Aufstellung. Ich würde mal sagen, wir babbeln nicht lange rum. Okay, du machst mit, dann musst du auf die andere Seite. Wir checken einmal, wo unsere Ladies ab. Komm her, guckt sie euch an. Das ist ein oberflächliches Video, also werden wir auch voll oberflächlich sein. Hübscher wie die anderen. Oh mein Gott. Wow, Alter. Hier haben wir den Jungen. Oh mein Gott. Wow, guck mal was für Leuten, Alter. Wow. Ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art, Ladies first. So, dann haben wir schon mal die erste. Stell dich mal vor. Ich bin May. Woher kommst du May? Gründau. So, May, weißt du, was deine Aufgabe ist? Was denn? Abchecken von oben bis unten. Genau, check ihn ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. May, würdest du ihn daten, ja, nein begründet? Nee. Nein? Sieht so böse aus. Sieht böse? Was, Angst? Was meinst du damit? Ich weiß nicht, er sieht aggressiv aus. Ich weiß nicht. Okay, wäre er denn dein Typ? Nein. Auch nicht? Was sind deine Typen? Bisschen heller, braunhaarig. Okay, also nein. Nein. Gut, dann hören wir uns die Meinung von drüben an. Okay, würdest du sie daten? Auf gar keinen Fall. Schon alleine, weil sie beim Video mitgemacht hat, Digga, würdest du sie nicht daten? Alles gut, stell dich mal vor. Bruder, ich bin Tripp, ich bin 18 und je, was soll ich noch sagen? Ich wohne hier in Frankfurt, alle. Okay, wir checken May einmal von oben bis unten ab. Und davon abgesehen, auch nicht mein Typ, so vom Optischen. Würdest du May daten? Ja, nein, begründe es. Ich würde nein sagen, weil ich stehe nicht auf diese weißen Hosen, die etwas breiter sind. Ihre Air Force sehen auch nicht so gut aus. Und ey May, mach mal deine Jacke bitte weg. Guck mal, sie hat keinen Bauchfeil. Ist schon mal okay, aber ich würde sie trotzdem nicht daten. Weil die ist mir auch etwas zu groß. Okay. Ist okay. Alles klar. Du hast jetzt nicht daten. Gut. Wir haben zweimal Nein, Nein. Ja, eigentlich eine relativ faire Meinung. Bauchfrei ist halt, weil freizügig und freizügig ist gleich wieder nuttig bei ihm. Also, wenn sie baufrei tragen würde, wäre es ihm zu viel, wenn es seine Freundin wäre. Muss man nicht respektieren oder nicht verstehen, aber ist seine Meinung. Ich finde, er hat eine korrekte Antwort gegeben. Er hat gesagt, er mag die Hose nicht, die Schuhe nicht und es geht ja um das Oberflächliche. Das war eine korrekte Antwort von ihm, finde ich. Gehen wir weiter. Hey. Hey. Stell dich mal vor. Ich bin Lisa aus Gelhausen. Warte mal, ich habe hier noch ein bisschen Plastikmüll, oder? Warte mal, kann ich das bei ihr reinstecken? Nee. Lisa, vertrau mir bitte. Du wirst zu keiner hübscheren Frau, wenn du dir von Rossmann das komplette Sortiment ins Gesicht reinschmierst. Vertrau mir, du wirst hübscher mit weniger Make-up. Aus meiner Stadt? Ja. Dann kennst du dich irgendwie? Ja. Okay, Lisa, check deinen Jigo mal von oben bis unten ab. Wow, Maschallah. Schicke Kette. Isa, sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein begründet? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung, der ist nicht mein Typ. Der ist nicht dein Typ? Nee, vom Gesicht her. Vom Gesicht her? Aber wie findest du seine Kette? Film mal seine Kette. Hat er von Alibaba. Wie findest du die Kette? Äh, nicht so. Mein Style gefällt mir einfach gar nicht. Also, was sind so deine Typen? Keine Ahnung, ich hab keinen bestimmten Typ, aber der ist nicht mein Typ. Okay. Gute Antwort. Also, er ist es nicht. Nee. Gut, dann hören wir uns die Meinung von drüben an. Okay, stell dich mal vor. Also, ich bin der Ismail. Bisschen lauter. Ja, ich bin der Ismail. Ismail. Ich bin sechs Jahre alt, aus Afghanistan. Okay, Ismail. Ich glaube, Ismail wird eine freche Antwort geben. Ich zie mal ab von unten bis unten. Viel zu viel Make-up, Bruder. Viel zu viel Make-up. Bruder, versteht man auch nicht genau. Na gut. Okay, Ismail. Würdest du sie daten? Ja, nein begründet. Also, nein. Nein? Ja. Warum? Weil, ihre Hose mag ich nicht. Also, ihre Style. Ich hab mein Wetterbuch nicht dabei. Was ist mit ihrer Hose? Also, ich mag nicht einfach. Magst du nicht? Okay. Was sind deine Mädels zu Geschmack? Also, ich hab meine Freunde. Ich mag meine Freunde. Du hast eine Freundin? Boah, so süß. Er hat eine Freundin. Ah, boah. Er hat eine Freundin. Wie lange schon? Ach so, seit einem Monat. Nach dem Video nicht mehr, oder? Doch. Okay, gut. Also, nein. Nein. Wir haben, es geht anständig. Bruder, hätte ich nicht gedacht. Er war ganz süß, ganz schüchtern. Nette Antwort gegeben. Also, nicht eine beleidigende Antwort. Ob er da jetzt mitmacht, ob er eine Freundin hat oder nicht, Digga, sei mal dahingestellt. Aber war eine korrekte Antwort auch. Hat einen ordentlichen Eindruck gemacht. Nein, aber es geht anständig. So, wir haben hier auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht, oder? Nein. Was, nein? Hä? Ah! Boah, ich hab mir so heftig auf die Zunge gebissen wieder. Ich hab doch jetzt auf der Seite zwei Kronen, also eine Krone, wo mir zehn Jahre zwei Zähne gefehlt haben. Und meine Zunge ist einfach gewohnt, auf die Seite zu wandern, wenn ich kaue. Aber jetzt ist da Widerstand. Wir kennen uns doch. Du und ich. Ja, ich und du. Ja, aber sonst. Okay, stell dich vor. Ewa, ich bin Franzi. Ich komme aus Gindheim, also Frankfurt. Ja, was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen, Bruder? Ey, wow, Franzi, was geht? Einen Cheeseburger, bitte. Ja, den Jigo von oben bis unten ab. Francesca. Franzi, kannst du nicht sagen. Okay, Franzi. Würdest du ihn daten, ja, nein begründet? Nein. Das ist der Cousin meiner ex-besten Freundin. Ich kenne ihn seit lange und einfach nein. Das ist der Ex von? Nein, das ist der Cousin von meiner besten Freundin. Weißer und Schmeine. Und ich kenne ihn seit lange und einfach nein. Aber nicht. Du hast einen Typ her so? Nein. Auch nicht? Ich habe meinen eigenen Typ. Was ist denn dein eigener Typ? Mein eigener Typ ist Baba Zigeuner. Baba Haare nach hinten. Ewa. Das tut so weh. Aber keine Ahnung, einfach der soll Baba sein. Wir haben einen Nein, wir hören uns die Meinung von drüben an. Jigo, stell dich vor. Äh, ich bin Ismail. Lauter, mein Arsch. Ich bin Ismail. Ich bin 18 Jahre alt. Okay, Ismail. Ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Zwei Cheeseburger, bitte. Ismail, würdest du... Ich drehe gerade, Bruder, gleich. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Also, zuerst, sie ist nicht mein Style. Ja. Das ist zuerst. Also, sie ist nicht so hübsch. Ja. Hey, lauter, lauter. Das ist meine Meinung. Sie ist über 50 Kilo oder so. Nein. 50 Kilo. Was kann man dafür, wenn du nur 20 Kilo wiegst oder so? Der Diss von Ewa war ziemlich peinlich. Was kann ich dafür, wenn du 20 Kilo wiegst? Er hat einfach nur gesagt, dass er ihr Übergewicht nicht mag. Das ist ja eine berechtigte Meinung. Ich stehe auch nicht auf fette Krapfen. Punkt. Ist doch meine, meine, ist doch meine Person nicht meint. Ich stehe nicht auf übergewichtige Frauen. Das mag ich nicht. Aber die stehen auch vielleicht nicht auf mich. Versteht ihr, wie ich meine? Boah, Mr. Lava Lava ist wieder am Start. Weißt du, wie man sagt? Wie alt bist du? Ich bin 18. Joi, der ist 18 geworden. Der ist heute 18 geworden, Leute. Ey, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, Wahlauf, alles. Guck mal, das ist doch scheiß... Au. Ist egal, wie dick oder wie groß oder wie... Egal, wie die ist. Aber sie hat das doch gesagt. Aber nein, aber der hat doch auch gesagt, oder? Der hat doch auch gesagt. Sie hat nichts gesagt. Okay, deine Meinung. Deine Meinung, dass du die nicht daten würdest, oder? Ja. Okay, findest du sie hübsch? Nein. Nein, okay. Findest du den hübsch? Nein. Findest du ihn hübsch? Also, das ist mein letztes Wort. Ihre Schnurber ist größer als meine. Der kam unerwartet, Digga. Hat sie mehr Bart als du, du kleiner... Ich finde die beiden Mädchen da unten sowas von unfassbar peinlich, Digga. Ey, wenigstens hat sie mehr Bart als du und du hast nicht mal Haare an dein... Junge, was ist los mit dir? Nicht mal das, was auch so. Was doofen wir? Was? 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 Ich bin Italienerin. Du siehst auch Italienerin. Ja, cool Story. Interessiert niemanden. Dann machen wir ein paar Spaghetti und halt die Fresse. Wir machen schon ein cooles Tag. Da geht am Urte Bastard. Die Merde. Auf jeden Fall schießt nicht. Vielleicht kann ich nicht schießen, aber meine Mädels schon. Warte, vielleicht kannst du schießen, aber deine Jungs... Der kann nicht schießen, bei denen kommt nicht mal was raus. Was ist alles? Was ist alles? Ja, was passiert hier, Junge? Was haben wir damit zu tun? Ja, dann redet gar nicht alle. Hey, ihr fühlt euch einfach krass. Und ich meine auch an der Stelle so, liebe Franzi, Italiener her, hin, schießen. Also, du kannst die Maske dann auch einfach ablassen, so. Also, ich weiß nicht, was das dir da bringt. Macht halt einfach keinen Sinn. Es sei denn, du hast einen dicken Pickel am Kinn, dann kann ich es noch verstehen. Warte, was wollt ihr von dir? Was geht da? Detsch hat lange gesagt, ich habe lange gesagt, Kala, es ist aber Detsch, der hört mich auf. Der beleidigt. Oh Gott, sie hat gesagt, dass ich keine Haare habe, gell? Komm, wir gehen zur Toilette, wenn ich habe Haare. Wieso Toilette? Hast du kein Paraphyl-Hotel oder was? Oh Gott, 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 oh Gott. Ey, sag mal, du bist fast mit meinem Bestfreund zusammen, Junge, kommst du im Video an, ey. Warum billig, Junge, alle. Warum sagst du dann Toilette? Du bist mehr billig als Toilette, Juche. Der ist mehr billig als Toilettenpapier. Wieso zitterst du? Warte, warte, warte. Hast du Angst, hast du diese Adonation? Wieso zitterst du? Also, die Weiber, Digga, sind so Fremdscharben wirklich. Die Jungs meint ja auch, aber die beiden Mädchen. Ach, Bruder, also ich stelle mir immer vor, das ist meine Tochter und ich gucke dieses Video und sehe meine Tochter da. Das ist einfach bodenlos, Digga. Falls ihr euch fragt, warum in Deutschland der Hartz-IV- und ein Euro-Job eingeführt worden ist. Der zittert die ganze Zeit alle. Wollt, ey, schlimmer als diese Waschmaschine, wenn die zittert am Aracholmland. Der zittert jetzt, weil der... Natürlich, die zittert, du hast doch noch nie die Sachen gewaschen. Ey, Mädchen, der zittert jetzt an seinen Mann, weil der von zwei kleinen Italienerinnen auseinander geworden ist. Also klein seid ihr, aber dafür geht ihr mehr in die Breite. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, ne? Der, der, Woller, wenn ich jetzt mit dir anfange, Woller, warte, wenn ich mit dir anfange. Oh mein Gott, warte ab, wenn du dich blamieren willst. Ey, pass auf, Junge, deine Freundin ist hier, ich schaff meine Mutter. Blamier dich nicht. Bitte, Bruder, ich schleste auch nicht auf die Mutter. Und dann rede weiter, geh nicht gegen die Gewinne, guck dich schmarrn. Oh, jetzt kommt hier Schwester Eva in... Bruder, mach doch erstmal deinen Kindergarten, weißt du, was ich meine? Mach doch erstmal die Grundschule fertig, bevor du die Fresse aufmachst. Was willst du? Es ist schon dunkel, Sandmann ist zu Ende. Warum bist du überhaupt noch draußen? Geh mal ab in dein Kinderzimmer ein bisschen mit Puppen spielen. Das Ding ist, bevor das Video angefangen ist, alle Jungs haben gesagt, sag ja, sag ja. Ja, wieso wohl? Ja, weil die denken, weil die cool im Video sein wollen. Was wollt ihr ja sagen, sag ja, sag ja. Ja, abcheckt, dass wir ja sagen, dass ihr geil seid. Ja, nein, nicht geil. Wie sagen wir die ganze Zeit, sag mal, dass ich gut bin. Schliesslich gegen ein bisschen so. Oh mein Gott, ey, sag mal die ganzen Sachen umgedreht, oder was? Ey Leute, Frankfurt, Eskalation, alle. Wie ist es denn? Wir machen weiter. Schätzt du? Ah, sie ist dabei noch. Aha, gut. Hallo, ich bin die Franzi. Ich bin 15,5 und eigentlich müsste ich schon im Bett liegen. Ich bin Vivian, ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Dienstenbach. Vivian, check ihn mal ab von oben bis unten. Da gibt es nicht viel abzuschicken. Vivian, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Weißt du, eigentlich schon, aber guck mal, der sieht jetzt so, weißt du, der hat mal gegen meine besten Freunde geschossen. Und dann, ich habe Bilder gesehen, da dachte ich mir so. Das Ding ist, es wäre kein Unterschied, ein Mädchen zu daten, weißt du. Dann leid ich lieber ein Mädchen als sowas. Angst, ich habe Respekt, aber ich habe meine Respekt zu Hause vergessen. Also, Vivian, nein, absolutes No-Go. Was sind deine Typen? Alle außer der, ich nehme alle. Ja, das habe ich mir auch gedacht, Vivian ist vom Sternzeil, äh, nein, ich sage lieber nichts mehr. Die ist 16, ich bin auch nicht zu hart, Freunde. Wir hören uns die Meinung von drüben, Mann. Ewa, Gigo, stell dich mal vor. Ich bin Murata, ich bin 18 Jahre alt. Wer bist du? Murata. Motor, mu? Motor? Monerland? Okay, okay, ich habe es hier. Wie heißt du? Murata. Murata? Mufasa? Okay, check mal, wie wir von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Jel, Imtias und Murata. Nein, mein Patron. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Darf ich dein Haar anpassen? Ich höre, es sieht aus wie Lachs, so. Oh, oh. Wahnsinn, schließt man jeden Tag so vor den Spiegel und betrachtest dich so selber, weil du schön findest oder so. Also, ich gebe dir einen Tipp, zieh lieber ein Typ zu meinem Kopf, da daten dich viel mehr Menschen. Was jetzt? Ich habe nein direkt gesagt. Warum willst du sie nicht daten? Die ist nicht mein Typ. Die finde ich nicht so hübsch. Nein? Hübsch als du, Junge. Okay, dann ist doch gut für dich, nicht für mich. Was willst du sagen? Das ist ein ihrer Traum, dass der nicht hübsch ist. Was sagen Sie als Außenstehende dazu? Also, ich kann dazu gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Weil, das ist traurig, ehrlich gesagt. Guck mal, würdest du ihm zum Beispiel daten? Er benimmt sich besser als er. Oh, was findest du traurig? Ja, was soll ich sagen? Deine Stirn aussieht wie ein Hubschrauber Landeplatz. Wo bist du? Er hat sein ganzes Leben darauf gewartet, Bruder. Das Gute ist, deswegen schauen wir uns auch das an. Man fühlt sich danach immer so, als wenn man Albert Einstein in seinem Familienstammbaum hat. Wisst ihr, wie ich meine? Danach kann man sich gut fühlen. Weil ich wollte noch was kurz noch mal zu dem sagen. Der sagt, die sieht nicht geil aus und so, okay, kann ruhig so sein. Aber der postet jeden Tag auf Insta, wie der hier Tattoos hat und so, weil er bearbeitet die da drauf und denkt, der krasser geiler Junge. Nein, du als Junge, ihr als Jungs, findet ihr den so Baba und... Oder Baba, 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 Zigo. Finde ich nicht krass. Okay, wir machen mal so, wir machen so. Wenn ich frage, ob ihr den Jigo findet, dann schreit ihr. Wer findet den Jigo? Ja! Sollte ich fertig machen. Ja. Ich will dich nicht fertig machen, weil das Leben hat dich einfach fertig gemacht. Stellst du dich vor? Ey, ich bin Melissa, ich komme aus Offenbach. Aus Offenbach? Ja, Offenbach. Okay, Melissa, check ihn mal ab von oben bis unten. So, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, ich würde ihn nicht daten. Nein? Nein, gar nicht mein Typ. Egal wie, egal, auch wenn ich hässlich bin, egal, scheißtaub. Aber das ist nicht so mein Typ. Aber das ist nicht schlimm gemeint, gell? Du bist nicht, ich kenne dich so ein bisschen und du bist nicht so frech hier wie die anderen Jungs. Noch nicht. Weil die... Noch nicht. Okay, egal, der kann auch frech werden, mir egal. Aber auf jeden Fall, das ist eigentlich so was Baba sind sein... Ich höre, deine Farah sind Baba, ich höre. Wir gehen rüber und hören uns die Meinung an. Stell dich mal vor. MTRs. MTRs? Ja, MTRs. Okay, MTRs, check sie mal ab. Oder wie alt ist er, 33 und sie 15? MTRs, würdest du sie daten? Ja, nein, beginnt. Nein, natürlich, nein. Sie ist doch ein Kind, sie muss zu deinem Kindergarten. Was machst du hier? Kindergarten, Junge. Ja, was gehst du? Und du machst mit? Schäm dich, Wallah. Was bist du? Der redet hier halb besoffen. Ich kann mal dich nicht sehen, wer bist du? Was hast du gesagt? Musst du nicht wissen. Ey, der war heute Tankstelle, Junge, der hat seine Eier dickfett getankt heute. Also, schatzi mal Pippa nicht. Kindergarten ist um diese Uhrzeit geschlossen. Ey, 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 Kindergarten ist um diese Uhrzeit geschlossen. Aber Kaiserstraße für dich nicht. Also, ich muss wirklich sagen, die Weiber, die sind maximal trinch. Guck mal, guck mal, Leute, die solche, die man nicht nennen will. Den hast du K***er genannt, Kleiner Picoare. Den hast du K***er genannt. Junge, Wallah, ich hab den gerade noch reingegeben. Und die kommt hier mit mir. Wo ist mit dir? K***er Sohn. Solche Haare gab ich keine Zeit mehr. K***er, jeder Junge entfragt und die kennt. Diese K***er hast du noch nie uns gefragt. K***er, guck mal. Oh, guck. Oh, oh, oh. Guck mal, guck mal. Wir haben auch einen. Ach, hier am Start. Oh, oh. Der Gast ist so unangenehm, der. Nein, 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 nein. Das ist die Generation, Digger. Die neue Generation. Digger, schau, Digger. Ey, was ist das? Mit Kopftuch in der Menge stehen zwischen Jungs, Digga, und dann irgendjemand schlagen wollen. Genau mein Humor, Digga. Genau mein Humor. Mein Gott, das war maximal unangenehm. Zum Glück wie in Buxodin hier in Frankfurt, Alter. Wie schlau fühlt ihr euch jetzt? Sehr schlau, oder? Sagt ehrlich. Bis zum nächsten Mal.